Wenn ich ein Karussell sehe, wird mir schwindlig oder bei manchen spiegeln. Oder wenn ich ruckartig mal nach links oder rechts schaue, ist es wegen meiner Psyche. Das ist eine sehr interessante Frage, wo ihr immer darauf achten müsst, wenn ihr Ja-Nein-Fragen stellt, dann werdet ihr im Zweifel auch Ja-Nein-Antworten bekommen, die euch nicht befriedigen. Das heißt, ich kann sagen, nö. Oder ich kann halt sagen, ja. So und beides ist halt ein Faktor, der hilft dir erstmal nicht weiter. Es ist mir natürlich auch immer wichtig zu erklären, wenn ich sage, es kommt von der Psyche, dann ist es eine sogenannte starke Aussage. Und starke Aussagen brauchen starke Belege. Darauf müsst ihr immer achten, dass wenn irgendwelche Leute mit starken Aussagen um die Ecken kommen, dass ihr auch im Zweifel hingeht und hinterfragt, ob es auch starke Belege für deren Aussagen gibt. Und das wäre aus meiner Sicht ein wichtiger Punkt, wo ich sagen kann, ja, es kann von der Psyche kommen, da möchte ich aber natürlich auch einen starken Beleg dafür mitliefern. Den möchte ich an der Stelle gerade so ein bisschen verschieben und sagen, guck dir mal das unten verlinkte allerwichtigste Video an. Da erkläre ich die Zusammenhänge, wie es dazu kommt, dass mit psychischen, also einfach jetzt nicht so Psyche als Charakter oder Ausprägung von, Psyche heißt einfach nur, welche Gedanken erlebst du tagtäglich, die dein Gehirn dann unter anderem eben auch symptomatisch verarbeitet. Und ich finde halt wichtig, dass man einerseits auch sagen muss, wenn du ein Karussell siehst und dir wird schwindlig und du weißt, das ist dein Weakspot, dann guck dir doch bitte keine Karussells mehr an. So, was macht der Mensch? Der guckt sich dann aber immer wieder Karussells an. Ihr dürft das ja auf andere Themen jetzt übertragen. Guckt sich dann Karussells an, in der Hoffnung, er kann jetzt sehen, es wird ihm nicht mehr schwindlig. Wir haben überprüft, das Problem ist weg. Und jetzt habe ich Ruhe. Ist ja ähnlich wie mit dem Googeln. Wir googeln unsere Symptome in der Hoffnung, jetzt sehe ich was, was mich erleichtert und dann hat sich das Googeln doch endlich mal ausgezahlt. Und dann brauche ich schon nicht mehr zu Googeln. Funktioniert das? Ist eher schwierig. Und das ist ein Punkt, wo ich einerseits sagen würde, wenn du deinen Weakspot kennst, egal in Bezug auf was, dann versuch auch nicht weiter zu hinterfragen, warum ist es so. Es ist ja einfach so. Es ist vielleicht auch einfach ein Neigungsmuster, dass ihr gewisse Dinge nicht mögt. Ich mag es zum Beispiel nicht unter Unterführung durchzugehen, wo eine Eisenbahn drüber fährt. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber ich mag es halt nicht. Hinterfrage ich das? Nee, weil das ist jetzt keine Fähigkeit von meinem Kopf, wo ich irgendwie Geld mit verdienen könnte oder im Zirkus mit auftreten könnte. Also kümmere ich mich nicht weiter drum. Das Ding bekommt keine weitere Aufmerksamkeit. Aber es trifft ja dann erst mal jemanden, der sich dann fragt, warum habe ich das denn? Ich habe da dieses, auch mit ruckartigen Bewegungen kommt das von der Psyche. Ihr müsst mal Folgendes mit beachten. Es gab da mal eine Story, ich habe das in anderen Livestreams schon mal erzählt, dass da jemand sich auf dramatische, theatralische Art und Weise von seinen Familienangehörigen verabschiedet hat, mit dem Hinweis darauf, er muss operiert werden und weiß nicht, ob er das überlebt und er möchte sich deshalb jetzt von allen verabschieden. Hintergrund war ein banaler Eingriff mit der Entfernung einer Wuchung am Gesäß. Aber der Zuschauer, beziehungsweise neben seinem Bruder, hatte sich halt extrem in die Angst vor der Vollnarkose hineingesteigert. Das geht auch, wenn man den ganzen Tag, sage ich jetzt mal so provokant, zu Hause sitzt und nichts anderes macht, als diesen gedanklichen Stream kommen zu lassen und sich damit nichts anderes zu beschäftigen, als den Dingen, die der Kopf immer wieder hochwirft. Wir müssen diese Gedankengänge limitieren und korrigieren, weil unser Kopf sich ansonsten in so ziemlich alles hineinextremisieren kann. Auch in die Angst vor der Vollnarkose, auch in das Gefühl, ich gucke nach links und rechts ruckartig und mir wird schwindelig. Also ich weiß nicht, ich will es jetzt nicht unbedingt provozieren, aber ich glaube auch nicht, dass es mir so gut geht, wenn ich jetzt ruckartig nach links und rechts schaue. Oder ich habe zwei Kinder, wenn ich die jetzt auf eine Schaukel setze, die können schaukeln ohne Ende. Wenn ich mich auf die Schaukel setze, und ich bin sehr schaukelerfahren von früher, ich konnte sogar einen Überschlag machen, also ich konnte zumindest mal einen, der das auch geschafft hat. Nur der Punkt ist, wenn ich mich heute auf eine Schaukel setze, bin ich sofort wieder in diesem Modus drin. Du machst vielleicht etwas, was du im Moment nicht geübt bist, dein Kopf dann im Moment schnell darauf reagiert, es aber überhaupt keinen krankheitsrelevanten Hintergrund hat. Trotzdem kann durch dein Unterlassen, durch fehlende Begrenzung, durch fehlende Korrektur, dein Kopf sich ziemlich krass in genau solche Denkmuster entsprechend hineinbringen. Und dann kannst du auch sogar ein Problem damit bekommen, dass du sagst, ich gucke da links, rechts und merke dann direkt, boah, scheiße, was ist denn das, ne? Dann kommen noch negative Bewertungen auch mit dazu. Würde man jetzt den Kollegen mit der Angst vor der Vollnarkose mal eine Woche in eine OP-Schleuse stecken, der sieht, alle, die lebend reingehen, kommen lebend wieder raus. Der unterhält sich mit dem Anästhesisten, der sieht, was Anästhesie mit dem Menschen macht, dass die Leute von alleine wieder aufwachen. Das ist die Form von Korrektur und Limitierung, die wir Menschen brauchen, die eben auch der Bilginas braucht, um eben entweder nicht mehr ruckhaft von links nach rechts zu kontrollieren, ob der Schwindel noch kommt, oder eben eine Erklärung zu haben, um das dann zu üben, provozieren zu können, aber das erlebte Symptom wie Schwindel dann in der Folge anders zu bewerten. Das ist die Form von Korrektur und Limitierung. Das ist die Form von Korrektur und Limitierung. Vielen Dank.